Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Nach bestimmt zwei Monaten bin ich wieder in Kehnsdorf bei meiner Wildkamera. Das ist die Campark T80. Ich habe die ein bisschen höher gehangen um einfach mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen und zwar diesen einfach mal so fast in Augenhöhe sozusagen. Also ich bin nun nicht gerade der Größte aber ungefähr. Und jetzt gucken wir mal rein was hier drauf ist. Die Kamera hänge ich jetzt hier ab, weil dieses Gebiet ist Pilzsammlergebiet. Ich möchte nicht, dass ein Pilzsammler aufgenommen wird bzw. dass ein Pilzsammler die Kamera mitnimmt aus Versehen. Ich hänge die aber weiterhin hier in dem Gebiet auf. Wir haben ein paar schöne Aufnahmen. Ein paar Rehe waren zu sehen. Ich weiß nicht genau, was das für ein Tier gewesen ist, was hier in der Höhe direkt vor der Kamera herum gewurschtelt hat. Ein Waschbär. Wäre möglich, dass ein Waschbär auch in die Höhe kommt, aber ich habe hier noch keine Waschbären gesehen. Also denke ich mal was im Ader. Ich werde mir hier noch einen kleinen Platz suchen, so ein bisschen im Unterholz. Ich hatte da früher schon eine Stelle gesehen, wo ich die gerne hinhängen möchte. Da hänge ich die jetzt hin und dann sehen wir uns sozusagen wieder in zwei, drei Monaten wieder. Ich hoffe doch, dass ich mal wieder ein Dammwild hier raufkriege. Ich finde diese hier nicht nur auch sehr gut so read. Hier bin ichими trabalho für eine Sauber. Ich wollte also das Maalwild er00échen. Ich sehe noch einmal ein短vater. Da raufkriege ich habe vielleicht, der nichtίνete leider her. Ich danke dir about肉 hin! Und ihr seid nichtlaughing! Untertitelung des ZDF, 2020 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 das sind ja dicke kekse scanove medus hat das honig alter pass auf und das ist nur ein streichholt drin das ist gut hier dann kann man die ganzen abfall schon mal einsammeln bis dahin gut gently shake gently bitte nicht die mahlzeit öffnen doch jetzt wird es jetzt 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 kommt was du dann könnte ich ja schon mal mein bivy aufbauen doch jetzt ist es fertig oder ist es roh ach so und das wird dann mit dem cheese spread vermischt es lebt die körperfresser kommen ich gehe ein stück weg weil das könnte sein sein dass das platzt habe ich mich ins nass gekniet na super ja hallo neuer schlafsack so schnell zu machen ja manche von diesen teilen die feiern sofort los sind aber gar nicht so heiß und das geht immer noch genau weiter und manche die starten relativ langsam und manche der hier der ist langsamer aber das richtig heiß wir sind da drinnen dortiert und so mal gucken wie das schmeckt ich habe graupen brei mit rindfleisch das schmeckt gut so das kann dann morgen wieder mit naja ich bin kein hängemattenschläfer schwitzbarriere ist ganz schlechte idee ist leichter hier willst du den kopf hin machen ich glaube das fällt hier hin ja man ja 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 Das war's für heute. Irgendwas hat sich auch in der Nacht um uns herum bewegt. Da ist das gute Stück. Guckt jetzt in etwa in der Richtung und dann sehen wir in ein paar Monaten, was hier passiert ist. Hier sind natürlich überall Spuren. Das sieht man überall. Das war's von mir. Ganz kurzer Ausflug nach Kehnsdorf. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt, dann seht ihr dich auch rechtzeitig. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Euer Marie.